Schwarz-Braun ist die Haselnuss, Schwarz-Braun bin auch ich. Schwarz-Braun soll mein Mehl sein, gerade so wie ich. Schwarz-Braun ist die Haselnuss, Schwarz-Braun bin auch ich. Schwarz-Braun soll mein Mehl sein, gerade so wie ich. Wie ich reagiert habe, ich weiß nur, ich glaube, du warst aber auch bei der Elektroler damals. Ja, ja, klar. Und dass der Bendix einen Wutanfall gekriegt hat. Jede Parodie von mir, die ich mache, ist immer die aufrichtigste Form der Verehrung, auch zu der Zeit. Verstehst du? Das ist ganz wichtig. Das ist ja eine Parodie, das ist ja eine wunderbare Sache gewesen, mit dem Michael Jackson Video zu nehmen und das einfach auszuteilen. Sei froh, dass du nicht Tony Marschall genommen hast, der wäre ja ganz groß. Lukas, Lukas, das ist ja die Fans, das ist ja eine wahnsinnige Popularität, die du da nicht bekommst. Immer noch stärker und noch besser und erschließt einen neuen Fankreis. Gibt doch nichts besser, wir uns zwei. Genau so ist es. Komm. Komm mal an. Das Herz war ihm so schwer, doch es blieben ihn zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Timmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher und als Trost sind ihm geblieben, die Gitarre und das Meer. Und keiner hat das aufgenommen.